Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Raketen Video. Heute präsentiere ich euch das Riesenraketensortiment Metal Rockets Reloaded von Niko Feuerwerk. Das könnt ihr euch jedes Jahr bei Norma für 29,99 Euro kaufen. 33 Raketen sind enthalten. Wir haben hier viele viele Niko Raketen, also die großen, die kleinen Blast, Turbo in verschiedenen Farben und natürlich hier die Ring Rockets dürfen nicht fehlen und kleinere Raketen von Niko, die ich so noch gar nicht kenne. Also wirklich ein fettes Set und das wird heute einfach mal getestet. Wir testen von jeder Rakete zwei Stück und ich würde sagen, dann gucken wir mal, ob sich das lohnt. Ich wünsche euch viel viel Spaß mit diesem Monster. Also haut rein. So wir starten jetzt mit Silver Glitter. So jetzt die Blast zweimal. Schön. So jetzt zweimal die Thunderball Power Effekt Rakete. Los geht's. So dann haben wir jetzt zweimal die Turbo. Einmal in gelb und einmal in blau. Let's go. Ja, schöne Blinker. So jetzt haben wir zweimal die rote Blast. Okay, die zweite war jetzt nicht so top. So, dann machen wir Blue Ring, Purple Ring und wir starten mit Lemon Ring. Let's go. Schön. Dann machen wir die Purple Ring. Schön. Und dann als letztes die Lemon Ring. Let's go. Okay, na gut, die letzte war jetzt ein bisschen schwach. Naja, also eigentlich vier Raketen für, ja keine Ahnung, 30 Euro oder was das war. Gute Niko-Raketen dabei. Weniger Gute. Kann man auf jeden Fall mitnehmen. Danke Leute fürs Zuschauen. Haut rein. Danke Leute. Untertitelung des ZDF, 2020